Das Haus der Geschichte in St. Pölten präsentiert 100 Jahre Niederösterreich. Heute vor 95 Jahren ereignete sich in Schwardorf das stärkste Erdbeben Österreichs des 20. Jahrhunderts. Die Epizentralintensität wurde aufgrund der Schäden mit 8 auf der 12-teiligen europäischen makroseismischen Skala gemessen. In Niederösterreich werden im Durchschnitt pro Jahr 9 Erdbeben wahrgenommen. Das wohl stärkste Erdbeben in Niederösterreich fand im 16. Jahrhundert in Ried statt. Die Historikerin und Geografin Christa Hammerl ist an der ZAMG, der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, im österreichischen Erdbebendienst tätig. Es gibt heute nicht mehr Erdbeben als früher, sie werden durch die moderne Technik nur schneller und feiner registriert, betonte die Expertin für historische Erdbeben in einem Gespräch mit Anja Melzer vom Standart 2014. Hammerl kuratierte vor fünf Jahren im Haus für Natur des Museums Niederösterreich in St. Pölten eine Sonderausstellung über den Klimawandel und den damit einhergehenden, häufiger vorkommenden Naturkatastrophen mit dem Titel Gewaltig! Extreme Naturereignisse. Christa Hammerl leitete ein vier Jahre dauerndes Projekt der Niederösterreichischen Landesregierung, das sich mit historischen Erdbeben in Niederösterreich über den Zeitraum der Jahre 1000 bis 2010 befasste. Für diese Arbeit wurde sie vor neun Jahren mit dem Anerkennungspreis für Wissenschaft des Landes Niederösterreich ausgezeichnet. Die Erforschung historischer Erdbeben ist die Basis für das Einschätzen der Erdbebengefährdung einer Region. Um möglichst genaue Aussagen in Hinblick auf die Erdbebengefährdung treffen zu können, ist es erforderlich, auf relevante Originalquellen zurückzugreifen. Schriftliche Aufzeichnungen über Erdbeben von Zeitzeugen oder Erwähnungen aus chroniken Briefen oder Rechnungen werden aus Bibliotheken ausgehoben und kritisch analysiert. Über das Erdbeben in Schwardorf vor 95 Jahren hat Christa Hammerl mit dem Zeitzeugen Leopold Tögl gesprochen. Das Gespräch wurde vom Kanal Schwardorf auf YouTube hochgeladen. Tögl war damals fünf Jahre alt. Er erinnert sich, dass er als kleiner Bub abends eine Art Donnerkrollen wahrgenommen hatte, bevor er dann gemeinsam mit seiner Mutter und seinen zwei Geschwistern aus dem Haus rannte, während hinter ihnen Ziegelsteine zu Boden fielen. Die Nacht hatten sie in Zelten verbracht, die vom Militär mitten im Ort aufgestellt worden waren. Sein Elternhaus war durch das Erdbeben beschädigt worden. Eine Zeit lang musste die Familie dann im Schupfen neben dem Haus wohnen. Heuer am 2. Oktober sind im Bezirk Gensendorf im Raummarcheck zwei Erderschütterungen mit den Magnituden 2,9 und 3 registriert worden. Die Erderschütterungen waren deutlich spürbar. Bewohnerinnen und Bewohner dieser Gebiete wurden aus dem Schlaf gerissen. Schäden an Gebäuden waren nicht bekannt und sind laut ZAMG bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten. Mitte Jänner dieses Jahres war eine Häufung kleinerer Erdbeben im südlichen Niederösterreichs zu verzeichnen. Das ist für Expertinnen und Experten der ZAMG nichts Ungewöhnliches. Das Wiener Becken ist ja ein typisches Erdbebengebiet. Ein Großteil dieser Erdbeben ist auf einen Bruch in der Erdkruste unter dem Wiener Becken zurückzuführen, der sich von Sebenstein bis nach Schwardorf und darüber hinaus bis in die Slowakei erstreckt. Die Erdbebengefährdung ist in Österreich relativ gering. Allgemein gibt es keinen Trend zu mehr Erdbeben, auch nicht infolge der Klimawärmung, so Geophysiker Wolfgang Lenhardt, der bis vor kurzem die Abteilung Geophysik der ZAMG leitete. Das österreichische Messnetz ist in das weltweite seismische Messnetz eingegliedert, um schnell und zuverlässig Erdbeben erfassen zu können. Österreich verfügt über 50 seismische Messstationen. In Niederösterreich gibt es diese zum Beispiel in Wiener Neustadt und Schwardorf. Diesen historischen Rückblick präsentierte Ihnen das Haus der Geschichte in St. Pölten.